Jetzt kommen wir zur dritten Übung. Latziehen mit dem engen Griff. Die Übung besteht aus drei Positionen. Das ist Position 1, Position 2, Position 3. Natürlich wird das alles fließen nachher übergehen. Position 2, Position 1. Zurück und Herz. Achtet bitte darauf, Brust richtig rausdrücken. Rundkreuz halten. Die Übung ist sonst sehr gefährlich, wenn man sie falsch macht. Man kann den Rücken natürlich beschädigen. Raus und ganz ausstrecken. Her. Achtet bitte drauf, Holkreuz und Brust drauf. Ganz wichtig bei der Übung. Und stellt euch nur meine Finger an euren Ellenbogen vor, dass ihr mit dem Ellenbogen das Ganze runterzieht. Sonst macht ihr zu viel mit dem Arm und nicht mit dem Rücken. Sehr schön. Wir lassen. Wir lassen. Wir lassen. Wir lassen. Wir lassen. Wir lassen. Wir für Transfer access ist deshalb Her ist Nazi sehr schade. Vielen Dank.